Moin zusammen! Wir sind jetzt hier in Edgefield und wir hüpfen jetzt gleich direkt rein. Der Breaker ist in der Garage. Wir brauchen ein Ghost Event, Smudge Sticks und EMF. Und wir sehen uns gleich drinnen. So, wir haben alles vorbereitet. Jetzt hüpfen wir rein und Kiki hat sich gerade einen Scherz mit den Pillen erlaubt. Sie hat gedacht, das wären Ostereier und hat sie überall versteckt und wir mussten erst mal die Pillen suchen. Ach, die Action bringt gleich der Geist schon. Ich hatte letztens einen Mimik, der einen Demon gemimikt hat. Das war lustig. Direkt gehuntet nach einer Minute. Ja, und ich dachte zuerst auch noch, dass wir wirklich einen Demon haben, habe aber noch natürlich weiter geforscht. Ich lasse mich ja davon nicht abschrecken. Ja, und... Okay, ich gehe jetzt mal nach oben, weil unten war ich es nicht. Dann hast du doch ein El Mimo. Ähm, wir haben übrigens in der Garage und im Keller ein Versteck. Sehr gute Verstecke sogar. Oben direkt im ersten Raum ist auch ein Versteck. Haben Licht. Lass doch mal die Tür auf. Ja, ich lass mal im Keller hier auch mal das Licht an bei dem Versteck. Oh, ich habe die Tür gehört. Oben? Ja, ich gehe die gerade durch. Äh, unten hast du schon alles abgesucht nach dem Knochen? Äh, ja. Nur, aber ich hätte schon... Hier. Im letzten Raum. Aber ich weiß nicht, welcher das war. Wo bist du denn? Im letzten Raum. Oben? Ja. Letzter Raum im Flur durch. Da hat er die Schranktür angepasst. E-M-F? Ja, E-M-F-2. Ich guck mal, ob es ein Zermer ist, zur Sicherheit. Hast du das E-M-F liegen lassen? Ja. Fläche sind ja auch im Flur, oder? Neun Grad. Na, wohl. Acht Grad. Ich guck mal den Raum hier. Dieben Grad. Ja, ich hab der ist hier. Sechs Grad. Habt ihr denn die Knochen schon gefunden? Hier gerade? Ähm, nein. Nicht wirklich. Ah, Abyss in der Badewanne. Ich muss das Licht ausmachen. Ich war hier. Ja, dann, äh, Knochen suchen, ne? Oh, Spirit Box. Okay. Spirit Box. Nicht, dass es wieder ein Bauer ist. Ähm, da ist eine angezündete Kerze. Damit kannst du ruhig bestehen bleiben. Dann kann man es ja direkt testen. Äh, der hat mir, glaub ich, die Kerze ausgemacht. Ähm, ich bringe die Kruzis rein. Das Wichtigste. Ja. Wir haben den Knochen immer noch nicht. Was ist denn dieser Knochen? Ah, hier ist er. Der Knochen ist hier in dem Badezimmer. Ich hab das Licht dort angelassen. Könnt ihr gleich dann wieder ausmachen, das Licht. Wenn ihr ihn habt. So. Also, wenn man die Treppe hochkommt, direkt geradeaus das Bad. Ero. Warum geht das? Ehm, echt? Er hat irgendwas gemacht. Drei oder zwei? Drei. Dann hat er was geworfen. Ah, das hier, das Bild. Ja, mach schnell ein Foto. Ah. Ja. Okay, hier hast du eine Kamera für den Frachen. Ah, zu spät. Gerade im Moment nicht aufgehört hast. Ach, scheiße. Egal. Mach mal bitte ein Foto vom Knochen. Hast du das gehört? Ja. Das war eine Tür. Äh. Es könnte aber kein Jure immer sein. Aber das klang wie eine doppelte Türinteraktion. Welche Tür war das? War das hier eine Tür? Ich weiß nicht. Es könnte aber noch ein Mimic sein. Vielleicht hat der Jure gemimickt. Wir haben ja bis jetzt nur Spirit Box. Also, gucken wir mal nach Orbeez. Ähm. Ich tue Bishop Plays. Ich überleg gerade. Äh, Buch und Dots und so habt ihr schon oben? Ich guck mal in Trucks für Moray, ob meine Sinn hier jetzt sehr gedraint wird. Hm, nee. Also Moray können wir ausschließen. Okay, ich guck mal. Oh, wir haben schon eine Aufgabe. Uns fehlt nur noch Ghost Events und... Äh, Smudge und Regeisterraum. Okay, was hat der hier alles angefasst? Das heißt, hier sind schon die Dots. Das heißt... Er hat irgendwas geworfen hier. Wo ist das EMF? Ich guck mal nach Orbeez. Oh Gott. So. Wer ist der dritte Beweis hat? Den Mimic denn noch? Äh, der Mimic, der hat... Der hat Orbs, äh... Spirit Box und? Freezing, glaub ich. Ach so. Ja, aber... Affen Thermo? Ich weiß nicht. Was liegt da, glaub ich? Kann ich ja mal gucken. Dirty Water. Danke, Guys. Danke. Sehr lieb von dir. Ich brauche noch eine Fotokamera. Hier ist noch eine da. Schwacke ist nichts. So hat sich die Kamera wieder rein. Weil das müsste doppelt zählen hier. Das müsste einmal als Interaktion zählen. Ich bring hier eine Fotokamera mit. Oh, es zählt zuerst das Dirty Water, dann die Interaktion. So, hier ist noch ein Fuß. Das heißt, den Fuß haben wir schon. Und... Den Fuß haben wir schon. Moment mal. Thermo ist mal wieder Buggy. Habt ihr schon den Furtstuff hier fotografiert? Obwohl, ich glaub schon... Ja, da wo das Zeug drin liegt, nur die sind fotografiert. Ach so, ja. Ich glaube, den hier hab ich glaub ich schon. Ja, der auf dem Teppich ist schon. Hier, den hier muss man glaub ich nur noch. Wo die UV-Lampe drauf leuchtet. Ich mach das mal. So, ich wollte die ganze Zeit den Sensor hier draussen hin tun. Aber hab's die ganze Zeit vergessen. Obwohl, tun wir den mal hier hin. Dann sehen wir es, wie der Geist auf uns zugeflitzt kommt. Äh, ja. Verstecke vorbereiten. Da war wieder eine Tür. Hat sich noch keiner um den Knochen gekümmert? Bring hier mal bitte eine Kamera. Was? Eine Kamera... Äh, warte. Ich bist grad... Ja, lass die ruhig da, falls wir nachher so Doppelfoto machen wollen. Interessant oder so, aber brauchen wir ja eigentlich nicht... So, zählt das so, wenn ich das so mache? Ja, hat gezählt. Okay, wir brauchen nur noch ein Foto. Ach, keine Ahnung. Hat die... also hat jetzt bis jetzt noch niemand den Knochen? Ich hab den schon. Ich hab euch die ganze Zeit gesagt, dass der da hinten in dem Badezimmer ist. Der hat euch jedes Mal angegrinst, wenn ihr hochkommt. Uh, 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 uh. Mach zwei Fotos. So. Okay, Spirit, Porta, das mehr Morhoi, Deochen. Lost, weiß ich. Ähm, ja, keine Ahnung. Okay. Morhoi muss ich testen. Hey, Morhoi kann ich schon durchstreichen. Weil ich hab ja Spirit Lost gemacht. Ich meinte Deochen, sorry. Nicht Morhoi. Ähm, Küken, kannst du bitte die restlichen Smuddies hier hochbringen und die in den Verstecken verleihen? Sind die noch unten? Ja, die liegen alle drei an der Tür. Es ist ein Event. Alles okay, ist ein Event. Ich hoffe mal, das ist Sanity. Nee, Küken, wir brauchen die Smudge Sticks hier jetzt so schnell wie möglich. Sanity ist jetzt nicht wichtig. Okay, aber da lag nur einer, da lag nur einer. So, wo ist die Spirit Box? Ich muss testen. Mutt Stick ist oben. Was ist das? Warum geht das immer? Okay, keine Dinge. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Warum funktioniert das nicht? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you angry? Where are you? Show yourself. What do you want? Are you angry? Are you friendly? Where are you? Show yourself. Give us a sign. Are you angry? Show yourself. What do you want? Why are you here? Are you angry? Show yourself. Where are you? What do you want? Why are you here? Are you angry? Show yourself. Here was a sign. Are you here? Are you close? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you angry? Where are you? Show yourself. Why are you here? What do you want? Why are you here? Okay, also bis jetzt noch nicht die besondere Antwort gehabt. Also waren nur noch Smudgy in der Nähe des Geisterraums und den Geistertypen. Es könnte doch ein Spirit sein. Der ist halt schwer auszufinden. Hast du die Smudgies jetzt die restlichen in den Verstecken vergalt? Da war nur einer. Den habe ich vor das große... Okay, wo sind denn die Verstecke? Den habe ich gerade aufgesammelt. Einmal im Geisterraum ist hier ein Versteck, wo die Kerze steht. Aber ja... Und einmal im Keller würde ich mal sagen. Weil hier das ist wieder so buggy. Das ist wieder so dunkel. Was ist denn hier? Nur hier oben ist auch noch ein Versteck. Ja, aber bei mir ist da der Bug, dass das so dunkel ist, dass man das kaum sieht. Deshalb werde ich da glaube ich nicht reinlaufen. Okay, ich werde noch einen Smudge in den Keller. Okay, was haben wir noch für Optionen? Poltergeist. Der Raum hier liegt ja eigentlich auch direkt am Geisterraum. Ah ja. Für den Poltergeist müssten wir jetzt hier lauter Kram hinwerfen. Aber so viel wirft er gar nicht. Ja, das muss aber nichts heißen. Es geht ja um den Multi-Throw, den er macht. Es gibt auch Poltergeister, die werfen kaum was. Ich habe auch schon Phantoms erlebt, die wie die Bescheuerten am Werfen sind. Aber... Die dann eben kein Poltergeist waren, weil sie ein Phantom waren. Ein Foto haben wir verschossen. Ja, da hat das Küken versucht, die Interaktion zu kriegen und war eine Sekunde zu spät. Ah, das war scheiße. Blöselfederchen. Der Geist frisst dir gleich die Federn weg. Ach ja, Deochen ist noch auf der Liste. Falls es ein Deochen ist, ihr werdet es hören, wenn der mega schnell rumflitzt, dann müsst ihr unten ins Wohnzimmer gehen und in dem Wohnzimmer um das Sofa kalten. Okay. Und wie würdet ihr mir mal sagen, welche Beweisen wir jetzt haben? Ach, wir haben Geisterbuch und Spiritbox. Das war's? Ja. Ja, wir haben ja nur zwei. Moroy und Deochen kannst du durchstreichen. Ne, Deochen würde ich noch nicht durchstreichen, weil... So. Wo ist das andere IMF? Okay, dann Deochen doch, das steht gleich. Weil Deochen... Ich hab noch nicht die Antwort bekommen, aber es muss ja auch nichts heißen. Vielleicht hat er auch einfach grad keinen Bock da drauf. Show yourself, where are you? Are you here? Okay, Spirit, Poltergeist, mehr. Okay, für Poltergeist habe ich hier alles vorbereitet. Spirit, da muss einer nachher einen Timer bereithalten. Mehr teste ich zwischendurch. Ich... Ich kann... Ich kann einen Timer bereithalten. Okay. Der kam mir grad im Flur entgegen. War nie drin. War's denn? Ne, das war wirklich manifestiert, aber es... Es kann eh kein Oni mehr sein, also... Mach schon mal einen Timer bereit. Where are you? Are you here? No, no. Where are you? Are you here? Are you close? Was habt ihr? Warum Sanity ist noch relativ hoch, 73 so. Okay, die Sanity müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, weil Deoren hantet ab 60 und ein Meer... 60? Äh, ab 40 und ein Meer hantet ab 60, wenn das Licht aus ist. Und ich werde ja das Licht hier auch gleich auslassen. Ich muss nur zwischendurch immer mal wieder nach Meer testen. Ich habe irgendwie so ein Spirit-Gefühl. Ja, kannst du ruhig... Ja, für den Spirit brauchen wir eben den Timer. Ja, den habe ich schon bereit gemacht. Ja, den müssen wir dann machen, sobald die Sanity low genug ist, dass er auch wieder instant versucht zu handeln. Gut, das haben wir schon. Okay. Aber wir haben noch die einen aufgeregt. Der ist auf jeden Fall sehr rowmy, der Geist. Also der geht gerne hier. Jetzt ist er gerade hier im Früh unterwegs. Hä? Nein, das habe ich hier alles gestapelt. Und du hast das geschmissen. Ja. Aber du bist doch nicht der Geist. Ich habe das für den Geist geschmissen. Warum funktioniert das jetzt wieder nicht? Das war schon wieder ein Event. Aber immer noch nicht dieses, äh... Immer noch nicht dieses Deochen-Geräusch. Also... Muss aber nichts heißen. Ist das gleiche wie bei Meer. Güten, nicht die Türen hier zerlegen. Du bist hier kein Türenmann. Alles gut. Ich hätte da nichts getan. Ja. Könnt das... Soll ich. Könnt das Licht wieder ausmachen? Ich habe das jetzt nur mal zum Testen angemacht wieder. Raum-Balance. Könnt zwischendurch einfach mal das Licht so hier in dem Raum und in den Räumen, die direkt da dran sind einschalten, um nach Meer zu testen. Jo, was war... Nee, ich habe hier alles gemacht. Hast du das gemacht? Ach... Boah, ich dachte... Ich weiß nicht. Der ist vorhin hier mir in den Flur hinterher gekommen. Ich würde sagen, das ist ein, äh... Irgendein Stalker. Aber es geht ja gar nicht. Die Stalker sind von der Liste. Aber ein Meer verhält sich eben manchmal auch so, ne? Echt? Der Meer, der geht aus dem Licht raus und geht ins Dunkle. Ich nehme mal die Fernbedienung mit hoch und mal gucken. Wenn er nie den Fernseher einschaltet, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Meer ist. Wo habe ich den Smudge-Stick hingeworfen? Immer aus. Das hat nichts zu sagen. Das machen alle Geister gern. Wo habe ich den Smudge-Stick hingeworfen? Ich weiß es nicht. Küken, wenn du irgendwo einen Smudge-Stick siehst, bring ihn bitte mit. Nie sehe ich. Ähm... Ja, Geist. Der tut mir hier eine Tür... Ah, ich habe ihn hier. Okay. Tut mir hier eine Tür ins Gesicht aufmachen, dass ich nicht weiterkomme, ey. Das ist mal eine andere Art von Straßenblockade hier. Ah, der will nicht. Äh, das war eine Tür. So. Hm. Okay, das Licht interessiert ihn nicht. Hm. Ja, der macht es uns nicht leicht gerade. Piep piep. Vielleicht ein Spirit? Also Moroi ist es nicht, weil die Sanity ist stabil geblieben, ne? Ja. Ja. Dann können wir Moroi auf jeden Fall schon mal rauswerfen. Okay, wir müssen eben die Sanity im Auge behalten. Show us. Geh, was das sein? Wir machen einen Breakdance. Das geht doch gar nicht. Ja, Spiek macht wieder seinen Breakdance. Was? Was ist denn der Geist mit einer Schublade? Ja. Ja, bestimmt. Ein Schubladengeist, schön handlich zu mitnehmen. Ich hab dir eine Tasse Kaffee gegeben. Einen Geist zu mitnehmen, bitte. Ja. Alter, bei mir ist sich das so verrackt an. Also... Ich denk mal, es ist bestimmt ein Spirit, weil das Licht interessiert ihn nicht wirklich. Ach, wie ist denn das? Wo bist du? Zeig dich doch mal an. Du brauchst auch mal ein bisschen mit der Tabenzahn. Ey, wenn ich das jetzt mit Linksklick festhalte, dann macht das die ganze Zeit diese Tassengereich. Ich hab ihn mal gesmatched. Vielleicht macht er ja gleich was. Ah, da geht's schon nicht. Hallo. Das war für dich, Küken. Was? Ach so. Ja, der ist auf dich losgelaufen. Gibt's dir das bei euch auch, wenn ihr die oberste Dingsbums mit Link... Digga! Was ist denn das? Ich hab ihn gesmatched. Du Arschkäs. Aber wie der immer auf dich zugelaufen kam. Halte die oberste Dingsbums mit Linksklick gedrückt. Bei mir macht das so ein komisches Geräusch. Das ist irgendwie verbuggt bei mir. Bei mir geht die gar nicht auf. Hä? Bei mir geht die gar nicht auf. Die oberste Schublade. Hä? Aber wie der Geist auf dich immer losgab. Jetzt hab ich Angst. Die untere ging auf. Jetzt hab ich die Kerze mit der Schublade umgekirbt. Die Nipplache geht auf. Hä? Äh, das war ich jetzt nicht. Ich muss schnell gucken gehen, ob das... Beobachtet mal die Häufchen da. Macht mal ab und zu Licht an. Und wieder aus. Dann... Äh... Nee, das war kein Multi-Throw. Oh nee, das war kein Multi-Thrower so. Och, Manu. Äh, ja. Sanity ist bei 55%. Ähm, das Licht war die ganze Zeit aus, ne? Ja. Ja. Okay, dann könnt ihr eigentlich den Meer auch durchstreichen. Weil der hundert ab 60, wenn das Licht aus ist. Ich glaub nicht, dass das Meer ist. Wir haben nur noch den Spillwitz und den Volkhaus. Und den Diochen. Ja, den Diochen. I am afraid of Diochen. Show yourself, where are you? Are you here? Ja, das mit dem Licht braucht ihr, glaub ich, nicht mehr machen. Ich glaub nicht, dass das ein Meer ist. Was? Im Bett. Na, was geht? Ich weiß nicht, ich hab ihn ja vorhin gesmutscht. Und ihr seht, wie der jetzt ausrastet. Also, vielleicht wirklich ein Spirit. Weil ein Spirit, der ist ja so... Ja, 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 ja. Wir müssen das nachher auf jeden Fall mit dem Timer testen. Der rastet gerade total aus. Also... Poltergeist, weiß ich nicht. War vielleicht zu faul, seine Fähigkeit zu benutzen. Also, es ist dunkel hier. Guck mal, was geht denn mit dir? Hallo! Alter! Der ist ja voll auf dem Trip hier. Okay, ähm... Ich denk mal, es ist ein Spirit. Aber... Wir müssen mal gucken, was die Sanity sagt. Weil jetzt waren das so viele Ghost Events. Kommen mit. Ist die Kiki nicht alleine da drin? Äh... Äh... Okay, 51%. Wenn der jetzt gleich huntet, dann ähm... Es ist kein Deochen. Und ja, ein Deochen huntet erst ab 40. Show us. Give us a sign. Are you here? Ich hab jetzt auch keinen Timer gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt innerhalb der drei Minuten alles war mit den Ghost Events. Weil ich hab ihn ja vorhin einmal gesmudgeht, weil das ja eine Aufgabe war. Mhm. Aber normalerweise, so wie ich das kenne, rastet ein Spirit eben total aus, wenn man ihn smudgt. Okay. Das Küken dreht mal wieder durch hier. Hä? Das ist gut, das ist gut. Show us. Give us a sign. Are you here? Also ein Meer hätte schon längst angreifen können. Die Kurzifixe sind ja unangetastet noch. Was machst du mit der Schublade? Der trifft ja durch. Nix, nix. Alles gut. Der denkt, der beim Hühner strahlt. Kiki denkt dran was lauter, ins Mikrofon reinzureden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das da hört. Jetzt war er am Telefon. Oh mein Gott, wer ruft an? Küken, der Geist will YouTube Shorts gucken. Ist das Slenderman. Nein. Hat er denn? Hand, hör auf, draus da! Seid ihr draußen? Ich hab gesnudgt. Küken, Timer starten. Ich muss die Tür zu halten. Ich muss die Tür zu halten. Ja okay. Was rührt eine Hand? Starten. Okay, die Ochen könnt ihr auf jeden Fall rauswerfen. Ist lang vorbei. Timer läuft? Ja, ist lang vorbei. Ich brauch noch einen Smudge Stick. Wo ist der letzte Smudge? Boah Alter, ich dachte ich wär gestorben. Ja, ich hab gesnudgt. Achso, ja auch. Ich dachte grad der Breaker wäre aus und wollte grad runter gehen. Okay, die Sanity ist auch jetzt so unter Average Hunting Range. Stinks Bombs. Also die Ochen ist auf jeden Fall raus. Yes. Okay, also das Heimer läuft gerade. Ja, das ist sehr wahrscheinlich ein Spillwack, denke ich mal. Okay, wir müssen aber drin sein. Wo ist der letzte Smudge? Äh, ich hab wirklich keine Ahnung. Ich hab einen in den Keller gedroppt. Einer ist im Keller, okay, dann hol ich den. Hab ich mich grad noch versteckt im Keller? Oder ich wollte mich da verstecken. Ist der in dem Versteck im Keller? Äh, ja. Aber in dem... Beobachtet mal das Aktivitätenboard. Ob da ein Multifor irgendwie passiert. Ich hör denn grade sauviel Zeugwerfen. Was sagt der Timer? Wait. Kiki spielt wieder Klavier da unten. Eine Minute dreißig. Also Hälfte. Halbzeit. Okay, ich muss auf die Kutzis gucken. Ist das in der Garage versteckt? Ja. Garage und Keller hatten versteckt. Wo denn da in der Garage? In dem Dingsbums da. In dem Locker. Halla. Also ich seh da. Ist auch hier ein Schraub. I have verschluckt. Okay. Aber wir müssen... Kiki, was sagt der Timer? Eine Minute. Aber wir müssen so fünf Sekunden dazu rechnen. Weil ich hab den ja nicht direkt... Zehn Sekunden angemacht. Also eine Minute noch, bis es ein Spirit handen kann, meinste, ne? Jetzt 45 Sekunden. Bleiben wir lieber. Also ich bleib hier extra mal in dem Raum und beobachte die Kutzis, also... Da haben wir auf jeden Moment wieder rufen, ne? Der ist ja auch schon relativ aktiv. Ja, das Ganze. Ja. Weil er die Tür hat da gehört. Ja, der spielt hier die ganze Zeit mit meinem Versteck, wo ich reinhüpfen will. Es gefällt mir gar nicht, wenn die das machen. Finger weg von meinem Versteck hier. Na, jetzt läuft er raus. Was machst du denn draußen? Komm wieder zurück. Ab in deinen Raum. Du hast Hausarreist. Nein! Zurück! Fünf... Fünfzehn Sekunden. Beziehungsweise zwanzig so. Meine Stimme. So. Erst wieder in seinem Raum. Ja, der muss mal aufs Klo. Ja, da bitte. Privacy für dich. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Sein. Also ja, okay. Jetzt könnte er an. Hab ich's noch ein paar Sekunden dazu gerechnet. Hm. Der ist besonders voll. Ja, er hat versucht anzugreifen. Ist ein Spirit. Oh. I knew. Abmarsch. Von Anfang an. Jetzt dusch der noch. Ja, viel Spaß. Dusch du mal. Lass mir den armen Kerl in Ruhe. Der ist so viel durch die Gegend geflitzt und hat so geschwitzt, da muss er sich erstmal duschen. Kiki, raus. Mutter, raus. Please. Und diesen... Och, Mama. Geh ins Versteck. Geh ins Versteck. Geh ins Versteck. Nicht da hin! Nicht zur Tür! Wo gehst du hin? Warum gehst du da hin? Warum bist du nicht in die Garage? Wenn du das überlebst. Wo ist der Geist? Wo ist der Geist? Küken, sag mir, wo der Geist ist. I do not know. Kiki, lauf. Ja, er kommt runter. Er kommt runter. Ich smudge. Lauf in die Garage! Jetzt! Lauf in die Garage! In... Scheiße. Er läuft auch dahin. Nein! Geh zurück! Geh zurück! Ach! Wip! Das war's! Wip! Ja, ich hab versucht dich zu retten. Mehr kann ich auch nicht machen. Warum gehst du ins Wohnzimmer? Warum bist du nicht in die Garage gelaufen? Da war ein Versteck. Der Hand vorbei. Ja, tja, du bist doch tot, hast du gesagt. Bin ich tot? Dann ist der Hand vorbei. Ach, ich dachte du bist tot. Ne, du kannst raus. Der Hand ist vorbei. Du hast gerade gesagt, ich bin tot. Ich dachte, der hat dich erwischt. Ja, ich dachte... Mama, lauf um dein Leben! Oh mein Gott! Saved by the bell! Geradeaus! 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 Als ob du das überlebt hast, Mama. Ich hab ja auch für sie gesmacht, als er zu ihr kam. Oh Gott! Ich hab das ja vor der Tür beobachtet und hab gesmacht. Meine Güte, ich dachte, sie ist schon wieder tot. Es ist ein Wunder! Das ist der Spirit. Ich wollte ja ein bisschen Action machen. Sonst langweilig werden. Okay, da tragen wir alle Spirit ein und dann gehen wir actionmäßig hier Geld kassieren. Yay. Action, action, Satisfactive. Habt ihr Spirit eingetragen? Yes. Dann kassieren ohne blamieren. Kiki macht Sachen, ey. Du hast Glück gehabt, dass noch ein Smudge übrig war. Und dass ich gesehen habe, was da drinnen vor sich geht. Oh wei, oh wei. Oh man. Das war knapp. I've got some jobs ready for you. Typisch Mama, ja. Okay, wir lagen richtig. Es war ein Spirit. Ja, hat sich ja auch wie ein typischer Spirit benommen. Ihr habt ja gesehen, der ist mega abgegangen, als ich ihn so gesmacht habe in dem Raum. Aber verlasst euch nicht da drauf. Das ist genauso wie manche sagen, oh, ein Hantu macht den Waker öfter aus oder ein Meer macht die Lichter öfter kaputt. Ich hab alle Daily Quests außer noch ein Spielspiel. Ah. Okay, ja perfekt. So, ich hoffe die Runde hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.